und damit 17 minuten vergangen 17 17 naja 16 15 nur mal kurz für meine zuschauer ich habe auf die aufnahmetaste gedrückt aber die auch noch nicht gestartet wir sind jetzt knapp 20 minuten weiter knapp 17 minuten weiter ich werde es reinschneiden aus freddys sicht werdest du ja werde ich wirst du auch in der höhle sagt das doch stoffe folgt mir ich dachte du wirst immer wieso und einleitze und auch nur schüssel da rum ich mache doch im Handy beschäftigt wir sind Arthuse Meisen ich hasse Arthuse Meisen Arthuse Meisen das sind meine Ameisen alter fuck ja ist jetzt ein bisschen doof dass 17 minuten bei mir fehlen ich werde hier aus freddys sicht mal reinschneiden hast du immer schon gesagt und ich habe immer noch einen toten pixel woraufhin ich aber gestern mal amazon angeschrieben habe oder besser gesagt den verkäufer was hat er gesagt noch nicht ich habe ihn gestern abend um 22 uhr angeschrieben oder so was hast du geschrieben ey ich habe einen toten pixel mach was ne ich habe halt gesagt hier toter pixel ist mir aufgefallen wie sieht es aus mit umtausch schreibt mich mal an auf meine e-mail-adresse halt ich schreibe mich mal auf instagram ja aber so geschäftliche dinge richtig richtig leger auf instagram regel auf snapchat so ein vertrag unterzeichnen einfach so snapchat der nur drei sekunden da ist halt schnell ausdrucken drei sekunden sind die Bilder bei snapchat da kannst einstellen von einer bis ich weiß nicht ob so einer also entweder von drei oder von einer bis zehn sekunden ok ich würde alle bilder immer nur eine sekunde anzeigen lassen und dann würdest du den ersten verschicken ja heldenmonster alter wie viele heldenmonster denn noch oh mein gott nope 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 oh ich bin tot im out of you ähm was ihr bei mir eben gerade verpasst habt falls ich es doch vergesse reinzuschneiden ich bin gestorben ähm wir haben zwei heldenmonsterpart gemacht ich wollte ja ein bisschen näher mit dem maul ans mikro reden fällt mir grad auf machst du ein portal? ne hast du? habe ich danke ja wir haben zwei heldenmonsterpart gemacht haben den ersten zwei bossmonster ja ok haben den ersten stein gekriegt für diese altare und ja mehr ist eigentlich nicht passiert wir haben die leute aus der sklaverei oh gott das will noch eins oh fuck oh fuck oh fuck bin auch tot nice wir haben auch nur noch eine minute wollen wir jetzt mal kurz den part beenden ich hab keinen bock na auf titan quest? weiß ich noch nicht auf jeden fall ja ich hab voll Bock aufnehmen lass mal aufnehmen ey oh mein gott du hast nie zeit und sonst wenn wir ein paar länger aufnehmen ne ich will mir eigentlich nur was mischen und mal kurz zwei minuten abschalten weil mir übertrieben warm ist weil ich die heizung gemacht hab weil mir kalt war ich dachte mir so mensch mir ist kalt machst du mal die heizung auf 6 milliarden grad jetzt ist mir ein bisschen warm nehm ich jetzt noch in die höle rein ok diese monstern einfach so übermenschlich 20 19 18 kurz mein handy entsperren 14 13 11 0 10 14 bist du schon wieder tot? ja oh scheiße falscher skill tree 1300 leben Vielen Dank.